Der Unterschied ist, den nach hinten. Deinen Bauch lässt du gespannt. Stütze dich jetzt mal hier ab. Versuche dein oberes Bein nach vorne zu schieben. Dein Rumpf zurück. Und dann kommst du nach vorne. Und schaust Richtung Boden. Nochmal. Zurück. Und nach vorne. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Und wieder zur Mitte kommen. Genauso auf die andere Seite. Einmal hoch. Unterschenkel wieder nach hinten. Die Ellbogen stützen. Oberes Bein lang. Jetzt machst du einen halben Kreis. Immer mit stabiler Mitte. Komm nach vorne mit der Nase. Komm zurück und schau zur Decke. Nochmal. Nach vorne. Und wieder zurück. Die letzten zwei noch. Ein letztes Mal. Und langsam wieder zurückkommen. Mach dich ganz klein. Und versuche jetzt mit deinem oberen Arm, mit deinem oberen Bein zu beginnen. Mach dich lang. Lass dich in die Rückenlage fallen. Und ein riesiges Exen. Jetzt fang mit der Hälfte an. Zur anderen Seite zu kommen. Und mach dich von hier aus wieder klein. Nochmal lang werden. Streit dich. Lass dich fallen. In die Rückenlage. Und dein Becken beginnt. Und du ziehst dich hier wieder. Mach dich klein. Nochmal. Lass dich richtig fallen. Becken beginnt. Und ein letztes Mal noch. Lang. Genau. Und dann kommst du in die Rückenlage. Jawohl. Zieh dein rechtes Bein an. Lass dein linkes lang. Nimm die Arme zur Seite. Jetzt schieb dein Becken so ein bisschen auf die rechte Seite. Und nimm dein rechtes Bein auf die linke Seite. Schultern tief. Dann blick nach rechts. Spür die Rotation. Zieh mit jedem Ausatmen ein bisschen mehr. Weiter zur Seite. Lüß wieder. Zur Mitte. Links aufstellen. Becken anheben. Und dein Knie nach rechts ziehen. Nochmal langsam wieder zur Mitte kommen. Deine Kniebeine ranziehen. Schieb die Fersen jetzt mal nach oben. Zieh deine Fußspitzen an. Kinn zum Brustbein ziehen. Spür die rückseitige Fasze. Versuch dein Becken anzuheben. Die Knie sind, wenn du kannst, gestreckt. Jawohl. Dann musst du wieder locker. Entspannst du wieder. Stellst deine Füße nacheinander auf. Gibst dein Betten. Spürst deine Vorderseite. Und dann lassst du langsam wieder los. Rollst dich ab. Mein Bein. Zieh dich nach oben. Lass deine Schultern nochmal entspannen. Richtig locker. Komm auf eine Seite. Und wechseln nochmal die Seite. Andere Seite. Lang ziehen. Und nochmal öffnen. Beide Arme aufmachen. Brustbein nochmal öffnen. Erd nochmal rund. Ein letztes Mal. Mach dich auf. Und entspann die Arme. Bis zum nächsten Mal.